Kleine Leute, ganz groß. Die Kinder der musikalischen Früherziehung und des Kindertanzes der Musikschule Ammerbuch hatten beim diesjährigen Winterfest in der Enträngerkelte ihren großen Auftritt. Das Programm aus Bewegungselementen, Gesang und Instrumentalstücken war ein buntes. Dabei konnten die kleinen Musiker und Tänzer ihrem Publikum zeigen, was sie alles bereits gelernt haben und wie viel Spaß das Musizieren und das Tanzen in jungen Jahren bringt.